Am politischen Aschermittwoch zitiert Martin Schulz bei seiner Rede im bayerischen Vilshofen Horst Seehofer. Der SPD-Kanzlerkandidat nutzt die Aussage des CSU-Vorsitzenden gezielt für seinen Wahlkampf und spart nicht mit Spitzen. Ich will euch mal ein Zitat vorlesen aus der Passauer Neuen Presse. Ich zitiere. Ja, warte mal. Manchmal ist da eine richtig gute Zeitung, werdet ihr da gleich hören. Deutschland geht es gut. Trotzdem gibt es im Land viele Sorgen und Ängste. Es gibt Verlustängste. Viele Menschen sorgen sich um ihre Jobs, ihren sozialen Status, ihre Sicherheit. Hier braucht es glasklare Antworten. Ende des Zitats. Das ist aus der Passauer Neuen Presse. Und der Mann, der das gesagt hat, ist der Vorsitzende der CSU, Horst Seehofer. Jetzt frage ich mal all die Propagandisten, denen, die mir vorwerfen, ich würde das Land schlecht reden. Was macht der denn? Der gibt die Begründung dafür ab, warum es richtig ist, die SPD zu wählen. Das kann man in der Passauer Neuen Presse lesen.